habe finde ihn Kahn an er hätte das nicht weglaufen Karte durchs Bein zu eben haben auch von dem holen dabei nämlich zu erinnern wo der Hammer ist weil eigentlich ist kann ich hier hinten bei den Orks richtig verhandelt wenn er eingeladen genau da hinten ist der Kahn normalerweise das heißt hier irgendwo im Gebüsch ist er glaubt das hat mir relativ gegangen in den Orks Lagerfeuer irgendwie war der schneller da Karl ans Hammer Laufen hinterher das will der Eisbruch Karan du bist darfst du nicht weg sein wo ist der denn hingelaufen wo ist der hin damit nur ohne Scheiß ich hasse so ein Mist jetzt ist der irgendwo hin da die Frage ist reicht es jetzt diesen Hammer zu haben oder muss ich noch kann Moment ist es noch ein Ork Lager da ist noch ein Ork Lager okay da wir den Auftrag haben alle Ork Lager zu zerstören werden nur eben das hier nehmen da heute sind die Wölfe die Wölfe die Wölfe die Wölfe die Wölfe die Wölfe das ist was von mir auch das ist das ist die Wölfe die Wölfe die Wölfe die Wölfe die Wölfe das ist wenn du was von mir willst mein lieber orc, dann musst du rauskommen ich kämpfe gegen die orcs lieber als gegen die 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 das war schon alles kommt so herr hoch geht der schießt auf mich das ist ja jetzt voll Na, ich schreibe du nicht, würde ich mal sagen. So. Haben wir ihn doch. Ist ja anstrengend hier. So. Ich kann das aufheben. Den Wolfsen wollte ich nicht aufheben, wollte ich den Klingenstab aufheben, danke. Jetzt den Typen hier, so, fertig. Okay. Jetzt haben wir mit dem Typen aus dem Feuerklan, haben wir jetzt geredet. Was ist denn hier? Okay. Also müssen wir zum nächsten Typen. Der nächste Typ ist im Wolfsklan, hieß es. Ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt. Deswegen, keine Ahnung, aber egal, wir gehen einfach auf uns im Wolfsklan und hoffen. Och, Gottchen, Leute. Gottchen, 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 Gottchen. Wie hieß er, wenn ich fragen darf? Er hieß. Ja, er hieß. Lars, Larsson. Larsson. Dann lass uns was für Larsson gehen. Hier ist er doch bestimmt, oder? Arra, da, da, da. Hier ist der schwere Thron. Das ist nicht wahr. Wieso sind hier überall schwere Thron? Wie geil ist das denn? Ey, ich entdecke gerade wirklich, wirklich durch Zufall, Leute. Wirklich. Äh, schwere Thron, ja. Ähm, okay. Dann werden wir die jetzt auch aufmachen. Wenn wir denn dürfen. Wenn wir denn die auch dürfen. Und was finden wir drin? Macht der Ahnen. Ein Schwert, was wir nicht brauchen, leider. Es ist, äh, stärker als das, äh, Schwert der Ahnen. Allerdings ist es auch nicht, äh, es ist ein Zweihänder. Deswegen, Leute, könnt ihr vergessen. Ähm, aber trotzdem suchen wir jetzt nach dem komischen Schmied. Ja, sonst können wir gar kein, gar kein Schwert schmieden. Was, was doof ist jetzt. Nicht wieder runterfallen, so wie ich eben im Feuerlager irgendwo runtergefallen bin. Und haben wir nicht hier Rona. Ne, Rona ist nicht der richtige. Dann wird er wohl in der oberen Stadt sein. Gut, gehe ich mal in die obere Stadt. Gucke da. Da, 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 da. Da, 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 da ist, keine Ahnung was. Hier ist der Schmied. Oh, nein, da ist der komische, der... Ja, da, wir... Ah. Du bist auch egal. Alles. Du kannst dich in einen Wolfer... ... neben der... ... mit... ... mit... ... mit... ... mit... ... wo finde ich dich? Ich spüre... ... solltest du mal den Rad anheben. Ja, wir haben jetzt den Auftrag, den weißen Hetzer umzubringen. Ähm... ... äh, ja, und... ... dann würden wir einen Druidenschein bekommen. Allerdings habe ich keinerlei Ahnung, wo der weiße Hetzer ist. Vielleicht finden wir den ja irgendwann nochmal, aber... ... jetzt gerade geht's mir erst mal um das Schwert. Und dafür muss ich jetzt bitte mal den scheiß Schmied finden. Hm... ... da, da, oder, 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 bitte, bitte, bitte... ... nein... ... ach, damit... ... wo ist der denn? ... boah, ist es echt nicht wahr... ... das ist doch so ein Scheiß... ... da... ... ne, da waren wir, da waren... ... Trun und aber kein... ... ooooh... ... ach... ... kann das dann so schwer sein... ... kommst du... ... ich suche noch jemanden, der... ... allein... ... auf der anderen Seite... ... hervorragend bist du... ... ach, ich bin nicht dabei... ... oah, wo ist der Schwarten... ... ach, dammit... ... Leute... ... sag mir jetzt nicht, dass der auch irgendwo außerhalb ist... ... das ist doch Schwachsinn... ... der ist doch bestimmt nicht außerhalb, oder? ... ach, wo könnte der denn sein... ... Moment mal, hier... ... nein... ... nein... ... hier war eine Hütte... ... ach, nein... ... das wollt ihr mir jetzt nicht erzählen... ... ne... ... Leute, ich lauf mal eben zur Hütte... ... bis gleich...